so das ist ein neues nest das ist ja eigentlich auch wieder so ein riesenhaufen an scheiße das hört nämlich einfach nicht auf kommen andere neue ja nester zum vorschein es wird ja so weit ich weiß ja jetzt kein neues mehr gebaut wegen der einstellung und so was ich glaube das ist alles platt hier halt noch ein bisschen und da noch und das hier noch aber eigentlich sollte jetzt alles so weit weg sein jetzt vom tisch runter das ist alles weg ich möchte das halt noch entfernen chirurgisch mit einer atombombe ist ja nur ein nest doch nicht ein bisschen mehr hat aber alles erwischt das lasse ich erst mal denn mein ziel ist eigentlich hier oben alles wegzumachen deswegen darf ich jetzt hier hoch und mach ein paar nester platt tra la 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 hui bing 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 so gehst du vom tisch runter so die hier weg machen und hier eine reihe hinsetzen ich kann so einstücken gut Ist ja gut, ist ja gut, ich lauf schon. Ein bisschen ranzoomen aufgrund der FPS, die sind ja jetzt doch schon am Meckern. Ich glaube, wenn man jetzt keine Atombombe mehr hätte, wäre die beste Möglichkeit, diese Mengen an Aliens und Nestern und Würmern platt zu machen mit Giftkapseln und Zerstörerkapseln. Jetzt schimpfen sich die anderen, diese blitzschießenden kleinen Teile. Ich hoffe, das hier wird mitgenommen, jup, sehr schön, ist ja fast schon präzise gewesen. So, ja dann lasse ich die hier mal stehen, mach die Reihe hier weg, so, mein schönes großes Kupferfeld, was sie hier haben. Über 10 Millionen. Oh. Noch. Tup, 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 tup. Jo. Es läuft jetzt zumindest ein bisschen besser mit dem Töten der Aliens. Ich bin zumindest noch nicht gestorben. Das ist ja fast schon, ja, keine Ahnung, preiswert. Ein Achievement. Noch nicht gestorben. Seit dem letzten Mal Laden. So. So. Die noch. Und dann ist der Klumbachir weg. Okay. Da sind neue Aliens am Anmarsch. Gut. Ich mache jetzt hier oben weiter. So. Wie sieht es hier drüben aus? Alles weg. Da oben, alles weg. Aber die einzelnen Aliens noch? Nein, 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 nein. Meine Roboter. So. Einpacken. So. Jetzt auf diesen ganzen Schmutter warten. Sehr schön. Ja. Das ist alles platt. Hier ist auch alles platt. Ja. Nö. Da. Da ist noch ein ganz schöner Haufen. Oh, kommt der. So. Ganz leise. Bam. Yeah. Das war ein schöner Schuss. Das war schön. Gut. Jetzt hier hoch. Ach ja. Na, 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 na. Wow. Na? Wow. Was ein Haufen Türme. Würmer. Mensch. Hä? Oh. Alles Platz? Alles Platz. So. Ja. Bester Zeitpunkt ever. Schulter so ruhig. Aha. Gut. Er liegt. Ist müde. Hat ja auch noch fast drei Stunden gedauert. So. Der nächste Schuss muss ungefähr da reinballern. Der ungefähr hier. Synchron sterben. Oh. Überbleibsel. So. Bam. Jo, das ist auch wieder ein schönes, großes, verteiltes Nest. Jo, ist hier irgendwo noch was? Oh ja, mehr als genug. What the fuck. Okay. Okay, okay. Dann mache ich erstmal hier oben das weg, denn da ist nämlich Feierabend. So. Eins, zwei. Und hier noch ein bisschen. Puff. So. Schießt die alle kaputt. Danke. Immerhin geht das jetzt schon ganz gut mit den Geschütztürmen hier. So. Okay. Was haben wir hier? Ah, lolololo. So. Bam. Bam. Da ist ein einzelnes Nest. Hier. So. Mit den Türen muss ich dann ein Stück runter ungefähr auf die Höhe. Jo. Gut, dann gehen jetzt halt ein paar Türen mit rauf. Ist halt so. Das war aber verdammt überraschend gerade. So. Okay, die Höhe müsste passen. Jo. Perfekt. Na, gut. Ist hier noch was. Ja, ein paar. Okay. Hier oben. Die auf jeden Fall. Wow. tot. Schön. Manches Mal treffe ich echt gut. Manches Mal schieße ich gar nicht. So. Toll. Okay, was habe ich hier jetzt noch alles übrig? Nichts. Ja. Gut, dann nehme ich mal wieder alle Türme mit. Was hier so rumsteht. So. Da oben auch noch ein Haufen. Ich möchte eigentlich ja hier das Monsterfeld soweit frei haben. Hier beim Öl könnte noch was sein. Wie viel Öl ist denn das eigentlich? Wie viel Öl ist denn das eigentlich? Ja. Okay, da sind 11.000 drin. Aber die Dinger, die rattern auch dahin wie bescheuert. Oh, 25.000. Gut, solange das dann immer voll bleibt. Es ist mir egal. Ist hier alles platt. Hier ist alles platt. Dann hier hoch. Ach ja. Wow. Das sind aber schon einige Atombomben, die ich hier verschossen habe. Kann ich ja nur froh sein, dass ich so einen Vorrat an hellgrün Uran habe. Na, wie gesagt, wenn ich hier an unserem Rumballern bin, brauche ich auch bald neues Uran. Da habe ich ja schon mal das Uran im Lager drin. Hier fehlen mir Türme. Die vorhin ist nur, wo es sind. Ach, die habe ich, glaube ich, in die Luft gejagt vorhin. Wow. Gut. Monsterfeld des Todes. Ich glaube, ich brauche so 4.000 Erzförderer, nur um dieses Feld mal komplett abzudecken. Und dann brauche ich, weiß nicht, drei Jahre, bis es abgebaut ist. Mindestens. Wo ist denn der? Da. So, mal gucken, ob die FPS das mitmachen. Denn das Feld ist nicht ohne. Also ich weiß, dass es 42 Gs sind. Bin hier auf die Zahl im Chat gespannt. Das dauert jetzt wahrscheinlich mal ewig, bis es eingelesen ist. Also ich weiß nicht, ob die FPS keine Anstalten ist. Ja, noch machen die FPS keine Anstalten. Oh, gut. 30 ist ein bisschen. Oh, gut. Oh, gut. Okay, hier sind noch keine. Ich zoome mal wieder ran. Ein Stück. Das liest ja immer noch ein. Yeah. Wo denn? Hier. Je weiter ist denn die Kohle? Ah ja. Schon gut was abgebaut. Oh, da, da, da. Es liest immer noch. Oh, oh. Hallo? Ui, ui, ui. Oh, 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 oh. Jawohl. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft. Ich hab's eingelesen. So. Lass mal gucken. Ach so, hier kann man im Nachhinein dann nochmal welche dazufügen. Och, das ist ja cool. So, ein Stückchen weiter ran. Also dieses Feld, das kann ich, keine Ahnung, wie oft unterteilen. Um dann zumindest ein Teil abzubauen. Denn... Ich hab jetzt erst 13G aufgedeckt. Ich guck mal, wie weit das nach oben geht. Es ist ein quadratischer Pinsel gewesen. Aber ja. Ach, das ist cool. Also ich glaube, ich brauch nie wieder irgendwo Kohle sammeln. Ich könnte hier 5 Bahnhöfe dran setzen, die hier die Kohle wegbringen. Nicht nur 5 Züge. Ich mein, wirklich 5 Bahnhöfe. Ah, jetzt hab ich das Ende hier von der... Von dem Feld. Oh! Au! Das hat weh. Das hat weh. Ja, da bin ich wieder mal in meiner unendlichen Schleue auf die Leertaste gekommen. Das passiert halt leider auch ganz gerne mal. Aber alles kein Ding. Dann setze ich... Dann mach ich halt mal ein paar neue Geschütztürme. Um Gottes Willen, als wär das ein Problem. Bei der Menge an Ressourcen, die ich mittlerweile hab, da kann man auch mal absichtlich ein paar Türme in die Luft jagen. Ne? Kann man mal machen. Was? Wo kommt denn ihr her? Out of Munition? Wie geht das denn? Ja, ich hab aber auch ganz schöne... Eine ganz schöne Menge an Türmen gerade in die Luft gejagt. Na, ist natürlich dann auch die Munition weg. Okay. 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 Vielen Dank.